Halli 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wo ist Patrick? Wo ist der Patrick? Hier. Ullf. Ulf? Nee, fast darunter gestürzt. Ich soll jetzt zu dir schwimmen. Das ist dein Ernst. Was? Ich schwimme jetzt nicht zu dir rüber, das ist das falsche Ufer. Ich möchte nur was holen. Ich möchte gerne am richtigen Ufer bleiben. Unsere Reitzeit. toll mein ausdauer schon wieder für den sack ich meine auch zwar mache ich irgendwas dringend wo die fahne hinten ist ist das katana wenn du willst zwischen durch regel ist und bären aber ich muss nichts essen die ausdauer ja aber ich muss nichts essen die ausdauer ja aber ich muss nichts essen für die ausdauer es nervt doch ja hallo möchtest du mal meinen eidechsen schädel sehen nee brauchst du gerade hilfe nee okay dann helfe ich dir auch nicht ich bin bei dir aber auch mal stehen heute da hinten ist frischfleisch hinter der hinterher danke auch Prozent Klaren das war ein Gewalt der Gäste wo ist der dritte weiß ich will dass wir lang ja ich will nur hier auf warum darum hier ist marigold endlich sind braune pilze ein teich alle wäre was ist hier alle weder alles ist marigold neben mir nicht es ist ein besonderes ich glaube das haben sie wieder kaputt gemacht ich glaube auch auch dort weißt du was das heißt was denn gab uns gab uns schickerei ach so du meinst dynamit ja da hat der pat pat wieder spaß aber hallo du da hat der pat pat wieder spaß und trinken hör mal was hältst du denn davon wenn wir jetzt hier quasi gerade mal die letzte folge machen dann kurz eben pause machen ich mach das was ich machen muss du machst das was du machen musst und dann machen wir weiter das geht die koffer sind irgendwie nur von einem blut war Upsi Ups Oh, trinken, trinken, mehr trinken Und, 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 und Ja Ich glaube, ich mache die Tische kaputt Ich will mehr trinken mitnehmen, hallo? Machst du mit? Nein Warum nicht? Ja, von was soll die am eingeborenen Essen? Hab ich die, hä? Haben sie die Modern Axe wieder woanders hingetan? Scheint so Och, Leute Ein lustiges Versteckspiel machen die halt wieder Jetzt haben sie ein neues Versteckspiel eingeführt Was denn? Ich bin mit den Passagieren Achso, ja Äh, weißt du noch, wo wir gelandet waren? Ehrlich? Ne Ich auch nicht Ich glaube, wir waren am Arsch der Welt gelandet Wir sind doch einmal quer durch die Wallachai gelaufen Es kann sein, dass wir irgendwo hinten beim Strand waren Hm, sieht auch toll aus Ich glaube, ich trinke was und nehme dann wieder was mit So Oh, schön Hop, 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 hop Hop Warte mal, wo ist noch trinken? Hier ist doch noch eine Box gewesen, oder? Ja Ich bin gespannt, wann der erste Dynamit-Mutant-Auftakt Hör auf, ey Lass mal lieber nach Hause gehen jetzt langsam Ne, ich will den sehen Ich nicht, wo bist du jetzt schon wieder? Ach, am Tag Ich höre irgendwas Ich höre irgendwas Ach toll, pass auf, der wirft Zwei Feuerflutze Ja, super, dass wir hier schon wieder parken und nicht abhauen Wie Angekündigt, ne? Ich weiß nämlich nicht, in welche Richtung Stimmt die Richtung? Ui, ui, ui Waut doch nicht Hier ist ziemlich viel mehr Und mehr Schön, dass es schon wieder dunkel wird Das heißt, wir werden es schon wieder nicht mehr im Hellen schaffen Tollerweise Einfach rennen Einfach rennen Einfach rennen Schön, dass du noch Ausdauer hast Ich glaube, wir müssen links zu fahren, oder? Keine Ahnung Auf jeden Fall sind beide Fahnen in der richtigen Richtung Oh Oh Cornflower Die muss ich jetzt aber gerade mal mitnehmen, ja? Ja, super Idee, ey Wir sind total scheiß mit unserer Base, weißt du das? Warum? Ja, wenn wir mal Ressourcen brauchen Beide losrennen ist total Ja, ist natürlich praktisch, weil doppelt so viele Sachen, aber Dann sollten wir uns vielleicht eine Hand an den normalen Shelter hinbauen Ich weiß ja, dass das Haus-Symbol halt angezeigt wird Ja Ähm, ich glaube, wir sind am Arsch der Welt, oder? Ja, wir sind am Arsch der Welt Warte mal bitte Warum? Ausdauer? Nee Ich habe einen dicken Elefanten gesehen Oh, cool Immer diese blöden Fragen Natürlich die Ausdauer Und übrigens Eingeborene zuhauf Jetzt ein Rennen Ja, aber wieso hast du wirklich immer so wenig Ausdauer? Ich habe keine Ahnung Ich laufe sogar schon die ganze Zeit schräg Ja, ich bin gleich tot Hervorragend Was hast du in der Hand? Die Steinachs Die sollte nochmal blocken Komm, Leute, au Du klingst sie ab, und du gehst Ja, aber ich selber Ich hätte noch an Nee Geh einfach Geh in welche Richtung? Dreh dich um und rein, ich halte sie auf Oder die schlagen sich halt gegenseitig zu brei Idioten So, ist hier das Katana Ist das der Höhneingang? Ja Äh, irgendwo Warte Ist das? Nee Hab ich eine Taschenlampe? Natürlich nicht Na komm In der Nähe sollte der doch sein Oh ja, das ist hell Das funktioniert wieder, sehr schön Hier ist eine Uhr Da ist der Möchtegern-Jesus Hier ist noch so Möchtegern-Jesus Warte mal, wo war der? Ja Super was dann nämlich das ausgegangen gibt es ja nicht erwarten der oder haben sie jetzt auch versteckt ich weiß es auch nicht aber langsam wird mir die luft hier glaube ich kann ein bisschen dünnen haben die affe hast du es nicht vielleicht schon eingesammelt aus versehen mann wer hat sein handy im mund das war weiter ich mache gerade eben noch schnell so ein stick hier dann mache ich den nächsten und dann aus kommst du kommst du mann mann ich finde es immer toll wenn sie die ausflüge funktionieren ja und wir schon wieder ein typ hinter uns haben da müssen wir jetzt hoch ja sicher ist wieder gut das war der ausdauer aber er springen verbrauchen erst da oder stimmt ich habe diese richtung werde eine hölle wo wir nicht reinkommen und da sie auch der berg glaube ich halt kurz durch e-mail wieder an ja manometer wir haben hinten ist der berg und ausdauer wieder weg ist echt unglaublich ich habe noch immer mehr als die hälfte ausdauer ja warte mal hier ist das cockpit ah ok so ich habe jetzt warte 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 ich habe ungefähr jetzt drei viertel ausdauer komplett ja so ungefähr ok dann fange ich jetzt an zu rennen ouch ich fange mich an zu verletzen ich schwimme einfach schwimmen einfach schwimmen so mein ausdauer ist weg nehme ich jetzt knapp bei der also bisschen mehr als der hälfte noch ja und da wunderst du dich bitte deine erste ist komplett weg oder ja also nicht die komplette jetzt muss ich kurz wieder aufladen jetzt kann ich wieder warum ist ein taschenschlämpchen ich kann runter runter ach so ja 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 die arsch der welt sind wir ja Ja, aber da müssen wir wenigstens halbwegs ruhig. Ja, da wächst aber auch nichts. Wir müssen uns riesige Gärten anlegen. Die werden ja zum Glück gespeichert, von daher lohnt sich das auch wirklich. Ja, jetzt wieder. Na, oder wieder? Oder überhaupt? Nee, überhaupt. Seit dem letzten Update werden die gespeichert. Marigold. Nö, Vera. Nein, Marigold. Nein, Vera. Nein, Marigold. Was hat denn einen halben Herzinfarkt gekriegt hier, weil da schon wieder so ein Wildschwein angerannt kam? Nein, braune Pilze. Nein. Hörst du mich etwa japsen? Hörst du mich japsen? Ja. Na also. Ja, hast du mich japsen gehört? Nein, also. Aber ich habe auch Stau bekommen. Ja, ich auch. Von den Fliegenpilzen. Ist das der richtige Berg? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall wieder schön hell. Ja. Dank des Untergrundes. Toll. Weißt du, jetzt regnet's. Weißt du, jetzt regnet's. Problem? Ja. Jetzt fühlt sich ja nicht die Wasserschale mal. Ich höre kein Regen mehr. Ich auch nicht. Haben wir es auch wieder kaputt gespielt? Puh, 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 Puh. Glock das wieder an, ja. Ja, was dagegen? Fehlt nochmal einen zweiten Schildkrötenpanzer. Oder hast du noch einen zweiten Schildkrötenpanzer? Jo. Dann bauen wir mal ganz schnell eine zweite Wassertränke, bitteschön. So. Renn, renn, renn. Renn, 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 renn. Renn, renn. Der Wasser weg. Hast du jetzt gerade das Wasser leergesoffen? Nee, mein Scherz. Toller Scherz. Ich dachte immer noch. Nicht mal Feuer hat der hier angemacht. Der Schlawiner. So, jetzt tun wir erstmal ein bisschen was zu trinken in die gute Snackbar. Sondern dass du dich nicht beschwerst, das ist wieder soweit. Die Hauptmanöpfe-Auslastung ist maximalisiert gerade. Genau. Äh, nee, nicht das. Soweit was? So, speichern. Nicht so weit was, nicht das. Ich spreche auch mal. Und ja, es ist soweit, du hast recht. Wir haben schon wieder überzogen. Deswegen machen wir hier mal ein Beustchen. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.